Hallo, mein Name ist Christiane Keuberg. Ich leite den Bereich Personalentwicklung beim AWO-Bezirksverband Braunschweig. Sie möchten sich nicht nur fachlich weiterentwickeln, sondern auch Führungsverantwortung übernehmen oder Ihre Führungskompetenzen ausbauen, erweitern und sich in Ihrer Position stärken? Wie Sie zum Beispiel durch zwei Förderprogramme beim AWO-Bezirksverband Braunschweig darauf vorbereitet bzw. unterstützt werden können, darum soll es in diesem kurzen Video gehen. Zum einen stelle ich Ihnen das Programm Förderung von Führungspotenzial, kurz FFP, vor. Hier haben alle Mitarbeitenden mit Motivation und Zielen auch Führungskräfte, die schon in einer Führungsposition sind, die Möglichkeit, sich für eine Teilnahme zu bewerben. Ein Auswahlgremium entscheidet dann über die tatsächliche Teilnahme anhand klarer Kriterien. Das Programm dauert knapp zwei Jahre und umfasst verschiedenste Lern- und Entwicklungsbausteine. Die Themen reichen von BWL, Controlling, die AWO als Verband und deren Werte, Personalmanagement, Arbeitsrecht, Auftreten, Wirkung, Persönlichkeit und Motivation. Last but not least ermöglicht es auch, die Geschäftsleitung sehr persönlich und direkt kennenzulernen und dort in einen Austausch zu gehen. Mit dem FFP-Programm möchten wir vor allem Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen generieren. Das bedeutet für uns als Arbeitgeber auch, dass wir uns mit Ihnen zusammen weiterentwickeln, um uns gemeinsam zukunftsfähig aufzustellen. Gleichzeitig möchten wir Ihnen die Chance geben, mehr Verantwortung zu übernehmen und in einer Führungsposition schon jetzt oder perspektivisch aktiv mitzugestalten. Ein weiteres Führungskräfte- Förderprogramm haben wir speziell für die Altenhilfe konzipiert, mit dem wir die Position der Wohnbereichsleitung und auch der stellvertretenden Wohnbereichsleitung stärken. Das Ziel ist, Führungskräfte in diesen wichtigen und auch oft herausfordernden Sandwich-Positionen in ihren fachlichen und persönlichen Kompetenzen zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Das war ein kleiner Einblick in die vielfältigen Karriere-, Personalentwicklungs- und Fördermöglichkeiten beim AWO-Bezirksverband Braunschweig. Wenn Sie dazu konkrete individuelle oder weiterführende Fragen haben, sprechen Sie gerne uns oder die Führungskräfte in Ihrem Bereich an. Wir freuen uns darauf.